In diesem Video geht es um die besten Induktionskochfelder. Der Qualitätssieger in unserem Induktionskochfeld-Test geht an das Bosch Pie 631. Bosch Pie 631 Induktionskochfeld 60 cm. Entscheiden Sie sich für dieses Qualitätskochfeld mit vielen Funktionen. Kochen Sie Ihre Lieblingsgerichte wie ein Profi auf einem Induktionskochfeld von Bosch mit Touchslider und Timer-Funktionen. Mit einem Induktionskochfeld lässt sich die Hitze perfekt regulieren und Sie können Ihrer Familie und Freunden leckere Gerichte zubereiten. Induktionsschnelles, punktgenaues Kochen, leichte Reinigung und geringer Energieverbrauch. Timer schaltet das entsprechende Feld aus, nach der eingestellten Garzeit erreicht wird. Powerboost-frei zuschaltbare Leistungssteigerung für bis zu 50% schnelleres Ankochen. Direkt-Select einfache und extrem schnelle Auswahl der Kochzone und seine Leistung, sowie einen schnellen Zugriff auf zusätzliche Funktionen. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der AEG IKB 6431. Die Oberfläche von AEG Induktionskochfeldern ist vollkommen eben und kratzfest. Ein weiterer Vorteil, da das Kochfeld beim Kochen mit Induktion zudem kühl bleibt, können Spritzer nicht einbrennen und lassen sich einfach wegwischen. Bei Induktionskochfeldern erzeugt ein Elektromagnet ein starkes Wärmefeld, das direkt den Topf erhitzt, nicht aber das Kochfeld. Die meisten Töpfe und Pfannen funktionieren auch mit Induktion. Machen Sie einfach den Test, halten Sie einen Magneten an den Topfboden. Kochfeld steuert Haube mit Hope to Hood, bleibt Ihre Küche immer frei von Dampf und Essensgerüchen. Mit der Power-Funktion werden hohe Temperaturen extrem schnell erreicht, der Kochvorgang beschleunigt. Dank der Pause-Taste Ihres Kochfelds können Sie den Kochvorgang dort fortsetzen, wo Sie ihn unterbrochen haben. Der bis zu 99 Minuten einstellbare Timer bietet Ihnen die volle Kontrolle über den Garvorgang. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Induktionskochfeld-Test ist der Bauknecht CETAI 9640. Die Bauknecht-Induktionskochfelder sind wahre Multitalente flexibel, intelligent und mit einer eleganten Glasoberfläche von Schott. Induktion vereint die Vorteile vom Kochen mit Gas und auf Glas-Keramik. Die Wärme wird schnell und punktgenau direkt im Topfboden erzeugt und die Kochplatte heizt erst auf, sobald Sie den Topf auf das Kochfeld stellen. Damit ist Induktion sehr energieeffizient. Zusätzliches Plus Wenn mal etwas überkocht, brennt es nicht am Kochfeld an. Die Booster-Funktion bringt jedes Kochfeld in Sekundenschnelle auf die richtige Temperatur. Die intelligente Zeitschalt-Tour Stellen Sie einfach die gewünschte Kochzeit auf den einzelnen Kochfeldern ein. Nach Ablauf der vorringestellten Zeit schalten sich die Kochfelder automatisch ab. Kochen Sie auf der weltweit ersten Glas-Keramik, die ohne den Zusatz von giftigen Schwermetallen wie Arsen und Antimon hergestellt wird und hauptsächlich aus natürlichem Quarzsand besteht. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.